Wir fliegen übers Ufo drüber. Ich hoffe, die verkacken mir die Mission nicht. Da vorne überm Bauernhof, da ist das Ufo. Das ist eine dumme Idee. Hab ich vergessen den IMPs, aber zum Glück bin ich hoch genug. Oh scheisse. Die haben mir tatsächlich das Flugzeug kaputt gemacht. Was bin ich dumm, dass ich da vorbeifliege. Was bin ich dumm? Was bin ich dumm, dass ich da vorbeifliege. Oh scheisse. Ich denke mir das kurz zu tun. Untertitelung des ZDF, 2020